Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge machen wir wieder mal eine Kurzanalyse und wir schauen uns Kosmos bzw. Atom-Token ein bisschen genauer an. Für die Leute, die neu hier auf dem Kanal sind, wir machen hier regelmäßig Analysen, Kurzanalysen, schauen uns die Nachrichten an und schauen hinter die Kulissen, was sich hinter den Schlagzeilen so verbirgt. Wer gerne diese Analysen, ähnliche Analysen gibt es schon auf dem Kanal, in der Zukunft öfters erhalten möchte, gerne auf YouTube den Kanal abonnieren, auf die Glocke klicken und einen Daumen hoch geben, dann ist das ein Zeichen auch für mich, dass das Interesse weiterhin besteht. Für diese Kurzanalysen gerne auch den Podcast abonnieren, für die Leute, die eher unterwegs dem Ganzen zuhören möchten. Ich versuche eigentlich die Podcasts auch immer so zu gestalten, sodass es für Zuhörer entsprechend vorstellbar ist. Also nicht zu viele Bilder, die wir hier anschauen, sondern wirklich Konzepte, die ich euch erläutere. Aber wir springen gleich in diese Kurzanalyse. Wie gesagt, es ist heute Kosmos bzw. Atom-Token bzw. Tendermint. Wir schauen uns das alles ein bisschen genauer an und versuchen ein bisschen zu verstehen, wieso Kosmos eigentlich von 0 auf 100 fast schon, also in die Top 20, gerutscht ist gemäss Marktkapitalisierung und was da eigentlich die Technologie dahinter so mit sich bringt. Wir sind auf der Webseite für die Podcaster kosmos.network. Sehen hier What is Cosmos, Build on Cosmos, Community, Ökosystem, Developer Portal, Cosmos Hub und der Blog. Steht hier Join the most scalable, customizable etc. Ecosystem of connected Blockchains. Also es geht darum, dass man Blockchains miteinander verbindet. Wie genau, schauen wir uns noch ein bisschen genauer an und so auch schon die grössten eigentlich Vorteile bzw. Probleme, die gelöst werden von Kosmos. Skalierbarkeit, die Benutzerfreundlichkeit und die Interoperabilität. Das ist ein wichtiges Thema, wird eigentlich so in dieser Analyse uns immer mehr begleiten und dann auch werden wir verstehen, wieso Interoperabilität entsprechend wichtig ist. Dann sehen wir hier, man kann mit dem SDK, also mit dem Entwicklungs-Kit eigentlich gleich loslegen, falls man Entwickler ist. Hier geht es um den Cosmos Launch. Hier gab es noch ein paar Nachrichten und hier noch ein paar entsprechende News-Artikel zum ganzen Thema, der Newsletter und hier dann eigentlich auch schon die unterschiedlichen Punkte. Jetzt, für die Leute, die neu hier sind, wenn wir Analysen oder ich sage mal eine Kurzanalyse machen, dann schauen wir uns grundsätzlich immer das Team an, wir schauen uns die Berater und oder Investoren an, das Produkt bzw. die Technologie bildet immer einen grossen Höhepunkt, dann schauen wir uns die Roadmap an, gewisse Partnerschaften, die entsprechend wichtig wären, die Einfachheit und Verfügbarkeit und das sind so die sechs Punkte, die wir uns anschauen und dann am Schluss gibt es dann noch sechs Fragen, die wir beantworten. Dazu zählen, welches Problem wird genau gelöst oder welche Ineffizienz, wie gross ist der Markt, wer oder was ist die Konkurrenz, ist das Kopieren einfach möglich und was für Schwachstellen hat denn das Ganze. Das sind so die Fragen, die wir am Schluss auch noch beantworten bzw. mehr ins Detail gehen, aber bevor wir mit dem Team anfangen, lasst uns ganz kurz anschauen, was Cosmos denn genau ist. In einem Satz zusammengefasst hier auf Englisch, Cosmos ist ein dezentralisiertes Netzwerk von unabhängigen parallelen Blockchains, jede, die einen sogenannten BFT-Konsensalgorithmus am Laufen hat, was BFT genau ist, das schauen wir uns ganz kurz an, ähnlich wie der Tendermint-Konsens. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn Tendermint genau? Und Tendermint ist eigentlich hier, wenn wir auf tendermint.com gehen, die Firma, die eigentlich das Cosmos-Projekt betreut. Also Tendermint ist eine Technologiefirma und ihr erstes Produkt oder ihr Produkt ist eben dieses Cosmos-Netzwerk, das auf welchem eben auch Atom-Token läuft. Bevor wir aber in die Technologie springen, schauen wir uns als allererstes mal das Team an und wir sehen hier eigentlich, hier gibt es ja nicht wirklich Team-Details, das heisst wir gehen auf die Tendermint-Seite, schauen uns dort ein bisschen herum und sehen hier auf der Über-Uns-Seite All-In-Bits-Incorporated, das ist also die Firma, der Firmenname hinter Tendermint, aber Tendermint-Incorporated ist auch ein Firmenname, der entsprechend gebraucht wird. Das Ganze wurde 2014 gegründet von Jay Korn und hat seitdem entsprechend ein mittelgroßes Team für eine Kryptofirma, für eine Technologiefirma, viele Entwickler und die zwei Personen, die in diesem Zusammenhang relevant sind, beziehungsweise welche wir uns anschauen werden, ist der CEO und der Gründer Jay Korn und der Mitgründer Ethan Buchmann. Wir springen gleich auf die LinkedIn-Seite von Jay Korn und sehen hier eigentlich ganz am Anfang hier, er hat Informatik studiert zwischen 2001 und 2005 an der Cornell University und hat dann später auch noch in AI und Robotik entsprechend ein paar Projekte gemacht, war dann bei Yelp, Yelp ist ähnlich eigentlich wie TripAdvisor oder, ja genau, TripAdvisor in Europa ist eigentlich bekannter als Yelp, es ist eine Bewertungsseite ähnlich wie Google-Bewertungen für Restaurants etc. War dann eigentlich auch bei Flywheel Networks als Entwickler tätig, hat dann iDundis gemacht, für die Leute, die sich im To-Do-List-Bereich ein bisschen auskennen, iDundis war eine To-Do-List-Applikation und war dort zwischen Mai und Dezember Mitgründer, nur acht Monate, wäre interessant zu wissen, wieso nur acht Monate, wieso er das Ganze nicht weiter entsprechend ziehen wollte, dann auch hier Mitentwickler bei Scramble.io, eine Art End-to-End verschlüsselte E-Mail-Applikation, auch hier nur neun Monate, aber dann, wie gesagt, 2014 hat er dann Tendermint gegründet und ist seitdem eigentlich auch der CEO. Das Ganze ist in San Francisco und wir sehen hier in der Zwischenzeit auch der Präsident der Interchain Foundation. Und ich kann mir schon so ein bisschen vorstellen, beziehungsweise wir können uns schon ein bisschen denken, Interchain, also die Verbindung von unterschiedlichen Chains als Stiftung, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen etwas auf uns zukommen, schauen wir uns auch genauer an. Es steht hier eine Non-Profit-Organisation in der Schweiz und hat eigentlich das Ziel und Zweck, Open Source Software und Protokolle für Internet of Blockchains eigentlich zu fördern und anzuschauen etc. Und da werden wir eigentlich, zu diesem Thema werden wir auch gleich kommen. Das heißt, Jay Kwan auch schon die erste Person, die wir hier haben, ein Entwickler, definitiv eine technische Person und bewandt, ich sag mal, im Silicon Valley, hat jetzt aber mit eben Tendermint entsprechend eine Firma dort gegründet, aber eben diese Interchain Foundation ist in Zug eigentlich gegründet worden. Dann haben wir hier Ethan Buchmann. Er hat hier an der University of Guelph in Kanada studiert, aber in Biophysik, also nicht in Informatik. Und wenn wir so ein bisschen seinen Hintergrund anschauen, dann sehen wir hier, er war hier ein Jahr, acht Monate bei Blockchains, bei Ares Industries eigentlich am entwickeln. Wir haben hier eben sein Masterstudium sowie entsprechend im Bereich Biophysik ein paar Arbeiten, die er gemacht hat, wieder nicht eigentlich als Entwickler und ist dann eigentlich relativ schnell als Co-Founder und CTO eigentlich hier rein gerutscht. Und interessanterweise ist er hier bei Coin Culture Crypto Consulting als Chief. Das heißt, er macht wahrscheinlich noch nebenbei etwas und ist auch seit zwei Jahren eigentlich an dieser Interchain Foundation als technischer Direktor und Vizepräsident mitbeteiligt und mit dabei. Das heißt, Ethan Buchmann ist auf der einen Seite bei Tendermint dabei. Es kann sehr gut sein, dass er hier eventuell schon aufgehört hat. Er ist allerdings hier immer noch auf der Seite und dass er sich entsprechend jetzt mittlerweile auf das Crypto Consulting eigentlich fokussiert und eben bei der Interchain Foundation, also bei der Interchain Stiftung entsprechend mitmacht. Als nächstes schauen wir uns die Investoren an. Für das gehen wir auf crunchbase.com. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist so eine Seite, bei welcher Firmen eigentlich aufgelistet werden und bei welchen man ein bisschen sieht, wie viel Gelder sie eingenommen haben, in welchem Stadion sich das Investment befindet etc. Und wir sehen hier, total wurden etwa 9 Millionen in einer sogenannten Series A Round geraced, nennt man das. Series A Round, ich habe es letzte Woche ein bisschen angetönt, das ist so die erste große Investitionsrunde nach dem Angel Investment und 9 Millionen ist eine ganz normale Runde, also nichts aussergewöhnliches, nicht zu wenig, nicht zu viel. Das war im März 2019, also ganz frisch und wir sehen hier, wer ist da beteiligt gewesen. Schauen wir uns alle Series A Beteiligten kurz an. Wir haben hier dieses 1C bzw. 1 Confirmation, auch die eigentlich hauptsächlich im Krypto-Bereich. Wir sehen hier Tendermint, die waren hier mit dabei, auch bei Coinbase entsprechend mit dabei. Cosmos, wie gesagt, Cosmos haben wir hier auch mit dabei. Dann haben wir Bain Capital Ventures und die, da sehen wir ganz schnell, das ist nicht nur Krypto-Investment, was die machen, sondern das ist generelles Technologiefirmen-Investment. Lime ist da zum Beispiel auch mit dabei, mit den Bikes und den Scootern, LinkedIn mit dabei. Also da sind ganz viele unterschiedliche Investments getätigt worden und Tendermint ist dann eben nur eines von mehreren. Ich sehe gerade, Tendermint ist hier gar noch nicht mit dabei, aber wie gesagt eine Technologiefirma und dann haben wir noch Paradigm, über die findet man leider nicht so viel, aber das sind eigentlich die Hauptinvestoren in dieser Series A-Around und hier wie gesagt Paradigm Investments auch mit dabei. Berater an sich gibt es so keine bzw. wenn wir hier schauen, dann sehen wir hier eigentlich nichts Konkretes im Team. Das heisst, wir gehen hier nicht auf die Berater entsprechend ein, sondern gehen gleich weiter in das Thema Produkt und Technologie. Wir springen eigentlich auf diese erste Seite und zwar, was ist Kosmos? Um Kosmos bzw. das Atom-Token ein bisschen besser zu verstehen, fangt diese Seite eigentlich mit der Geschichte von Kryptowährungen, von Blockchains, von Bitcoin, Ethereum etc. und versucht so eigentlich die Technologie zu erklären und das versuchen wir jetzt eigentlich nachzugehen bzw. nachzumachen hier auf dieser Seite und versuchen eigentlich zu verstehen, was sie genau machen. Wie gesagt, Kosmos, dezentralisiertes Netzwerk, unabhängige, parallele Blockchains, jede eigentlich unterstützt durch diesen BFT-Konsens-Algorithmus wie diesen Tendermint-Konsenses und um eigentlich zu verstehen, was ich und ich muss ehrlich gesagt, ich muss wirklich aufhören mit diesem eigentlich, alle kommentieren schon ganz wild, aber es ist nur so eine Gewohnheit. So, wir schauen uns erstmal an, was eine Blockchain ist bzw. das müssen wir nicht wirklich. Was aber hier wichtig ist und immer wieder eigentlich, wie sieht ihr, erwähnt wird, ist dieser byzantinischer Fehler bzw. byzantilischer Fehlertoleranz, das sind zwei verschiedene Sachen, aber sehr, sehr relevant. Es wird hier eigentlich erklärt, was ist eine Blockchain? Wie gesagt, Blöcke, die aneinandergereiht werden, mit einem Konsens-Algorithmus verifiziert werden, also unterschiedliche Transaktionen werden berechnet. Diese Transaktionen bestätigen eigentlich diesen Zusammenhang der Blockchain und um Kosmos besser zu verstehen, müssen wir eigentlich auch verstehen, inwiefern da die Kombination bzw. die Verwandtschaft besteht. Also, sie sagen halt, eine Blockchain rein architekturtechnisch funktioniert, indem man einen Netzwerk-Teil hat, man hat einen Konsens-Teil und einen Applikations-Layer. Das sind eigentlich wie so Tranchen oder Schichten. Das heisst, die Applikation ist zuständig, um den Status der Transaktionen zu updaten. Das Netzwerk-Teil ist dafür zuständig, dass die Transaktionen entsprechend weitergehen und der Konsens-Teil ist eben für die Knotenpunkte, für diese Nodes zuständig, um diese auf ein Niveau zu bringen. Das ist eigentlich genau gleich, wie es bei Bitcoin funktioniert. Da wird einfach dieser Konsens-Algorithmus Proof-of-Work genommen und um eigentlich Applikationen auf diese Bitcoin-Layer aufzubauen. Also, wenn wir jetzt diese Applikationen-Tranche nehmen und auf Bitcoin raufpappen möchten, dann ist das entsprechend schwierig, weil Netzwerk, Konsens und Applikations-Layer sind alle durchmischt. Es ist entsprechend schwierig, auf dem Bitcoin-Applikationen aufzubauen. Und da springen wir dann gleich auch zu Ethereum, weil bei Ethereum ist eigentlich genau dieser Teil getrennt, das heisst, es gibt einen Applikations-Layer. Dieser Layer ist dann entsprechend diese sogenannte Ethereum Virtual Machine, die EVM und die ermöglicht es euch, diese sogenannten Smart Contracts relativ einfach zu bauen und entsprechend zu veröffentlichen. Bei Bitcoin ist das Ganze ein bisschen schwieriger, weil man eben all diese drei Tranchen und Layer entsprechend mit einbedenken muss und bei Ethereum ist schon ein Layer eigentlich abstrahiert und diese dezentralisierten Applikationen entsprechend einfacher organisiert. Das bringt aber zwei, drei Probleme mit sich. Das erste ist die Skalierbarkeit. Ethereum, wie wir alle wissen, hat eigentlich diese Limitierung von etwa 15 Transaktionen pro Sekunden. Die Usability, also die Nutzerfreundlichkeit, ist auch eingeschränkt dadurch, dass diese Architektur so aufgebaut ist, wie sie ist, ist sie entsprechend schwierig umzusetzen und auch die Unabhängigkeit, also das Ganze muss so oder so auf Ethereum basieren und die ist einfach nicht gegeben. Das heisst, die Vision von Cosmos knüpft eigentlich genau hier bei den Schwachstellen in Anführungsstrichen von Ethereum eigentlich an, nämlich es wird genau unterteilt. Wir haben einen Netzwerk-Layer, wir haben einen Consens-Layer und der Applikations-Layer ist das Cosmos-Entwicklungs-Kit und unten der Consens- und das Networking-Bereich, das sind eben dieses Tendermint. Es steht hier also, diese Vision wird eigentlich erreicht, indem man Tendermint braucht, dass dieser grüne Teil für die Podcaster ist Tendermint, das Cosmos-SDK und dieses sogenannte IBC, das steht für Inter-Blockchain-Communication-Protocol, ist eigentlich ein Protokoll, um zwischen Blockchains zu kommunizieren. Aber was ist denn eigentlich dieser Tendermint-BFT und wieso ist das entsprechend relevant? Tendermint-BFT steht hier, Was bedeutet das? Ganz einfach, der Tendermint-BFT-Algorithmus erlaubt es euch eigentlich, dass ihr euch auf diesen Applikations-Layer fokussieren könnt und euch eigentlich mit dem Blockchain-relevanten Teil gar nicht auseinandersetzen müsst. Das heisst, ihr könnt mit eurer gewohnten Programmiersprache, das kann jetzt eben Java, C++ und Go sein, entsprechend etwas entwickeln und der ganze andere Teil, der sich wirklich mit der Blockchain selber befasst, den müsst ihr eigentlich gar nicht groß anfassen, weil eben das Ganze durch dieses SDK gemanagt wird von diesem Tendermint-BFT. BFT übrigens steht für Byzantine-Fault-Tolerance, beziehungsweise auf Deutsch ist das die byzantinische Fehler-Toleranz und um zu verstehen, was ein byzantinischer Fehler überhaupt ist, wird hier eigentlich auf Wikipedia ein sehr gutes Beispiel gebracht. Es kommt rein aus den Geschichtlichen, also es wird so erklärt, wieso das Ganze so bezeichnet wird. Also man spricht eigentlich vom Problem der byzantinischen Generäle. Die haben, stellt euch drei Generäle vor, die haben eine Stadt umzingelt, die sie einnehmen möchten. Zwischen den Generälen gibt es nur einen Boten, der eigentlich kommuniziert. Das heisst, die Generäle können nicht direkt miteinander kommunizieren, aber gleichzeitig ist da eine gewisse Konkurrenz zwischen den Generälen vorhanden und man versucht eigentlich den anderen General Fehlinformationen zu geben, sodass der sich quasi opfert beim Angriff auf die Stadt und man dann eigentlich die Stadt entsprechend von der anderen Seite vielleicht einfacher einnehmen könnte. Das heisst, die Generäle, die miteinander kommunizieren, kommunizieren eben über die Boten und ihr versteht schon, wie das Ganze eigentlich auf Blockchain-Ebene auch funktioniert. Also die Boten sind eigentlich die Verbindungen zwischen den Knoten und die Knoten sind entsprechend die Generäle. Das heisst, ihr Ziel ist es, ihre Konkurrenten in Misskredit zu bringen, steht hier beispielsweise dadurch, dass sie die anderen durch geschickt gestreute Fehlinformationen zu einem verfrühten Angriff treiben wollen. Keiner der Generäle weiss nun, welche Information authentisch ist und wem sie vertrauen können. Und das ist die Situation von einem byzantinischen Fehler. Ein byzantinischer Fehler beschreibt im Allgemeinen ein schwer zu erfassendes Fehlermodell. Das heisst, und jetzt gehen wir wieder zurück, dass die byzantinische Fehlertoleranz eigentlich genau diesen in der Informationstechnik vorhandenen Fehler mit einbezieht und versucht zu verstehen, wie können wir dieses Problem beheben beziehungsweise eben tolerant gegenüber einem byzantinischen Fehler sein. Und das ist eigentlich nichts anderes als eben dieses BFT, dieser BFT-Konsens-Algorithmus. Das heisst, was passiert, wenn wir jetzt nur drei Knotenpunkte in einer Blockchain haben? Sagen wir, wir machen einen Bitcoin-Blockchain, Proof of Work, wir haben nur drei Knotenpunkte und da geht es eben jetzt darum, dass was passiert, wenn ein Drittel, also einer dieser drei Knotenpunkte ausfällt, Falschinformationen hat, weil er attackiert wird oder übernommen wird, dann muss eben dieser Tendermint-BFT in diesem Zusammenhang diese Toleranz aufbringen können, um entsprechend weiter zu funktionieren. So viel ich weiss, ist Bitcoin selber bereits BFT, aber dieses Tendermint-BFT versucht, entsprechende Lücken zu decken, beziehungsweise versucht, in dieser neuen Architektur eigentlich diese BFT mit einzubringen. Neben dem BFT gibt es zwischen diesem Konsens- und Netzwerk-Algorithmus und dem Sprachenteil, den ihr, sagen wir, ihr seid Entwickler, entwickeln würdet, die sogenannte ABCI, das ist die Application Blockchain Interface. Und das ist eben eigentlich nichts anderes als die Verbindung zwischen diesen zwei Tranchen, diesen zwei Layern. Das heisst, dieses Tendermint-BFT, beziehungsweise dieses Gesamtkonstrukt, hat entsprechende Vorteile. Man kann öffentliche und private Blockchains von alleine auf diesem Kosmos-Netzwerk machen. Natürlich private Blockchains für Kooperationen, für grössere Firmen extrem wichtig. Man will vielleicht nicht alle Daten öffentlich zugänglich machen, aber auch für öffentliche Blockchains. Das heisst, Entwickler können private und öffentliche Blockchains auf diesem Tendermint-BFT-Maschine entsprechend aufbauen. Falls die Applikation, die ihr dann baut, entsprechend diese Validators so entsprechend ausstattet, dass man etwas staken kann, und wir haben ja oft über Proof-of-Stake gesprochen, dann erkennt der Tendermint-BFT das Ganze automatisch und verwandelt diese Blockchain in eine Art Proof-of-Stake-Blockchain. Das heisst, ihr habt eigentlich alles bereits integriert, um sofort loszulegen. Ihr müsst eigentlich nur noch die Applikation schreiben und könnt dann entsprechend loslegen. Der Tendermint-BFT hat entsprechend einen Vorteil. Es ist sehr performant. Man kann mehrere tausend Transaktionen pro Sekunde handeln. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Bei Ethereum waren es eben die 15 Transaktionen pro Sekunde. Und das hat entsprechend die Vorteile. Wir gehen weiter. Es geht nämlich noch weiter. Hier, jetzt haben wir diesen eigentlich Applikations-Layer, aber wir gehen noch weiter. Und zwar haben wir in diesem SDK eine entsprechende, also das SDK ist ein Entwicklungskit, ein Set, das ihr eigentlich brauchen könnt, um entsprechend Applikationen darauf zu bauen. Und dieses Set kommt mit gewissen Features, mit gewissen Vorteilen, die ihr direkt brauchen könnt. Es gibt das sogenannte Staking, es gibt eine Art Governance, dieses IBC-Interblockchain-Communication-Protocol, es gibt das sogenannte Slashing etc. Das heißt, ihr bekommt mit diesem Cosmos SDK bereits eine Art Paket von Applikationsteilen, die ihr in eurer Applikation entsprechend brauchen könnt. Einer von diesen Test-Applikationen ist eben EtherMint. Das heißt, es wurde Ethereum oder die Ethereum Virtual Machine wurde hier gebaut, nachgebaut oder eben aufgebaut und der Konsens- und Netzwerk-Algorithmus-Teil wurde von Tendermint übernommen. Das heißt, hier haben wir bereits Applikationen, die entsprechend so funktionieren oder funktioniert haben. Jetzt wird das Ganze aber noch ein ganzes Stück spannender, nämlich es geht darum, diese Blockchains miteinander zu verbinden und da kommt eben dieses IBC ins Spiel. IBC, wir haben es bereits gesagt, Interblockchain Communication Protocol und IBC hat eben die Möglichkeit, dass man zwischen zwei unabhängigen Blockchains miteinander kommunizieren kann. Das kann unterschiedliche Layers sein, das heißt, wir können die unterschiedlichen Layers ansprechen. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass jede Blockchain eine eigene Unabhängigkeit wahrt und nicht abhängig ist von einer anderen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze anschauen und versuchen zu erklären, wir haben hier das A und das B für die Podcaster, das sind zwei Zellen, die miteinander verbunden sind und die, sagen wir, auf komplett unterschiedlichen Blockchains basieren. Jetzt wird aber zum Versenden von A nach B ein gewisses Token verwendet und da kommt jetzt als allererstes dieses Atom-Token ins Spiel. Das erlaubt es euch eigentlich, inzwischen diesen zwei Blockchains relativ einfach Tokens auszutauschen. Es steht hier eben, es ist die Native Staking-Währung der Cosmos-Blockchain und man kann die entsprechend auf diesen Transaktionen verwenden. Das heißt, wenn ich von A nach B zehn Token verschicken möchte, dann das Erste, was passiert, ist das sogenannte Bonding. Beim Bonding werden diese Coins hier auf der A-Seite gelockt, also eingeschlossen, sodass die nicht wiederverwendet werden können. Dann wird ein sogenannter Proof-Relay geschickt. Das heißt, es heisst, hey B, ich bin bereit, ich habe diese zehn Token eingeschlossen, hörst du mich? Dann wird eben dieses Relay geschickt. B sagt, okay, hab verstanden, ich habe die zehn Tokens bei mir reserviert mit einem Verweis auf deine Chain. Das heisst aber nicht, dass hier auf der B-Blockchain zehn Tokens kreiert werden, sondern es sind wie eine Art zehn Gutscheine, die kreiert werden. Das heisst, der Verweis ist nach wie vor auf die A-Blockchain, aber die Tokens werden eigentlich gut geschrieben auf der B-Blockchain mit Verweis, dass die effektiven Tokens auf der A-Blockchain sind. Das steht ein bisschen im Gegensatz zu einem sogenannten Atomic Swap. Beim Atomic Swap, das ist ein ähnliches Konzept, wie Blockchains miteinander verknüpft werden können. Beim Atomic Swap wird eigentlich ein Äquivalent von sagen wir 5 Euro zwischen Ethereum und Bitcoin ausgetauscht. Das heisst, ich habe 5 Euro, du hast 5 Euro, du hast aber Bitcoin und ich habe 5 Euro in Ethereum. Das heisst, wir können dann entsprechend diese 5 Euro austauschen, Bitcoin gegen Ethereum direkt austauschen. Hier allerdings wird eben das Ganze nur mit einem Verweis gemacht. Das heisst, ich sage, ich habe die zehn, die sind eingeschlossen bei mir, die dürfen nicht angefasst werden. Du bestätigst das auf deiner Seite und schreibst mir diese zehn gut, weil du eben diesen Verweis hast und machst dann auf der B-Blockchain entsprechend weiter. So funktioniert eigentlich dieses IBC-Konzept von Atom und ihr könnt euch jetzt natürlich schon denken, wenn wir jetzt x Blockchains haben, wenn wir x Krypto-Projekte haben, dann ist natürlich Cosmos entsprechend ein spannendes Projekt, weil wir können jetzt Ethereum mit NIO, NIO mit Stellar, Stellar mit Monero, Monero mit Ripple, XRP austauschen ohne Probleme. Es wird halt immer gut geschrieben. Wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, ob das Ganze durch einen technischen Audit auch überprüft wurde, weil ganz einfach, wenn wir jetzt diese Gutschriften immer wieder machen, dann kann es durchaus an einem Punkt zu einem sogenannten Verweisfehler kommen. Das heisst, die Verweise bis, sagen wir hier, gehen wir von A nach B nach C nach D nach E nach F und zwischen F und A sollte ja grundsätzlich eine Verweisverbindung bestehen, aber wenn die nicht besteht, dann können hier bei F entsprechend falsche Transaktionen getätigt werden. Und das wäre eben extrem wichtig auf der technischen Ebene zu verstehen. Das heisst, das ist das IBC-Protokoll. Wir gehen jetzt aber noch weiter. Das IBC-Protokoll hat eigentlich eben das Ziel, Blockchains miteinander zu verbinden, aber wenn wir eben dieses ganze Ding verbinden miteinander, kann das relativ schnell unübersichtlich werden. Und deshalb hat eben architekturtechnisch Kosmos einen sogenannten Hub und sogenannte Zonen eingeführt. Das heisst, wir haben ein Hub in der Mitte und jede Zone, die mit dem Hub verknüpft ist, kann mit einer anderen Zone direkt sprechen. Das heisst, diese Zone hier oben und ihr müsst euch das zwei, vier, sechs Zonen und in der Mitte ein Hub vorstellen, die Podcast-Hörer. Wenn ich jetzt die erste Zone hier links mit der ganz rechten Zone hier rechts kommunizieren möchte, dann muss sie via diesen Hub gehen, um diese Kommunikation entsprechend aufzubauen. Das heisst, es muss nicht direkt eine Verbindung aufgebaut werden. Das hat natürlich auch Performance-Gründe, wieso das Ganze gemacht wird, weil wenn man die Performance auf den Hubs entsprechend hochhalten kann, dann können diese Transaktionen entsprechend schneller gemacht werden. Das bedeutet aber auch, dass die Hubs entsprechend architekturtechnisch einen sehr, sehr wichtigen Punkt haben und auch eine wichtige Aufgabe haben, diese Transaktionen möglichst schnell und sicher zu verifizieren. Das heisst, wenn wir hier weitergehen, natürlich, ihr könnt euch das Ganze schon denken, wir können eine Bitcoin-Blockchain mit einer Ethereum-Blockchain mit der Hilfe von Cosmos, beziehungsweise Atom verbinden. Das ist eigentlich so, dass die ganze Technik, es wird dann bei der Skalierbarkeit nochmal über vertikale und horizontale Skalierbarkeit gesprochen. Das heisst, wenn wir hier einen Ethermint-Hub haben, kann es noch ein Oberhub haben. Solche Möglichkeiten gibt es dann natürlich auch, um das Ganze von Komplexität zu befreien, beziehungsweise diese Hubs entsprechend performanter zu machen. Und dann, und so kommen wir eigentlich zum Schluss, wieso die Technologie und beziehungsweise wie die Technologie hier funktioniert. Wir können mit Bitcoin an einen Hub andocken, wir können mit Ethereum an einen Hub andocken und hier könnte NIO sein, hier könnte eine ganz andere Zone sein und die können eigentlich miteinander kommunizieren ohne Probleme und vor allem ohne, dass ein sogenannter Atomic Swap gemacht wird. Das heisst, ich schreibe hier bei Bitcoin, schreibe ich entsprechend meine Coins auf die sichere Seite und kann sie dann hier auf der entsprechenden Zone weiter brauchen. Das ist so ein bisschen das Produkt oder die Technologie, die wir hier heute anschauen mit Cosmos. Wie gesagt, es ist eigentlich nicht so mega schwierig, aber es gibt ein, zwei Elemente, eben diese byzantinische Fehlertoleranz oder auch dieses ganze IBC, wie das Ganze funktioniert. Die Skalierbarkeit ist auch ein wichtiges Problem, aber ihr versteht so ein bisschen in etwa, wieso das Ganze so aufgebaut ist, wie es ist und wieso vor allem Bitcoin da ein bisschen in die Knie gezwingt wird beziehungsweise Ethereum entsprechend auch nicht die beste Lösung für dieses Problem ist. Das heisst, Produkttechnologie haben wir uns angeschaut, aber was steht denn nun als nächstes auf der Roadmap? Beziehungsweise, bevor wir noch weiterspringen, ich hatte dir hier noch ein paar Links offen, genau, habt ihr Atom-Tokens, ja, das heisst, ihr könnt mit Atom-Tokens gewisse Proof-of-Stake-Aufgaben übernehmen und eigentlich in der sogenannten Governance helfen. Das heisst, wenn ihr Atom-Tokens habt, ist das wie eine Art Stimmrecht oder Staking-Recht, bei welchem ihr in einem Kosmos-Hub entsprechend mithelfen könnt. Wichtig auch zu wissen, Atoms oder eben dieses Atom-Token ist eigentlich hyperinflationär. Das Ziel, und das sagt ein Entwickler von Kosmos direkt, das Ziel von Atom ist es nicht, Geld zu sein. Also es wird kein Geld-Token. Atom soll ein Staking-Token sein. Das heisst, Atom, das Ziel von Atoms ist es eigentlich, nur zu staken. Also ihr wollt eigentlich nicht mit Atom im Starbucks für euren Kaffee bezahlen. Das ist nicht das Ziel. Das ist eigentlich, wenn wir hier, ich glaube hier genau, wenn wir hier die Preise anschauen, dann macht es aber null Sinn, dass das Atom-Token hier 5,6% gestiegen ist. Man spricht von einer, ich glaubte gelesen zu haben, dass bei Atom jedes Jahr 7% Inflation eigentlich eingeführt wird durch das System. Das ist natürlich relativ schnell relativ viel. Das heisst, nach drei Jahren sind wir da dann auf 21% Inflation. Wenn aber das Token steigt, dann wird natürlich der Inflation oder vor allem der Hyperinflation entsprechend entgegengewirkt. Und das ist so ein bisschen das Problem oder die Kontroverse eigentlich. Die Leute sagen, beim ICO, also Cosmos oder das Atom-Token wurde via ICO rausgegeben. War, ich glaube, der ICO-Preis zwischen 10 Cent und 50 Cent, so etwas. Und mittlerweile ist es 5 US-Dollar. Und die Leute fragen sich, ja, wieso ist das Token so stark gestiegen? Und was macht man jetzt mit diesen Atom-Token? Sollte ich die halten für morgen? Etc. Man kann hier auch die Staking-Stats anschauen. Also wenn wir das Proof of Staking genau anschauen möchten, dann sehen wir hier Locked-In-Staking. Etwa 5,34% sind momentan im Staking drin. Das heisst, wenn ihr diese Atom-Token habt, dann könnt ihr mit denen entsprechend staken. Es wird hier auch ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert. Man sagt, ihr könnt monatlich etwa 1% gewinnen, indem ihr eben eure Coins zur Verfügung stellt. Das mal von der Produkt- und Technologie-Seite. Wir springen weiter auf die Roadmap. Und die Roadmap, da seht ihr eigentlich relativ schnell, da gibt es nicht viel. Also Upcoming Milestones, da ist nicht viel. Man kann die alten Milestones entsprechend anschauen. Man kann beim Governance-Teil entsprechend diese drei Proposals anschauen. Beim IBC gibt es ein entsprechendes Proposal, und zwar hier ein Upgrade. Hier, das wurde bereits genehmigt. Und dann gibt es noch eine Community Governance. Es wurde mittlerweile dieses Atom-Transfer eigentlich bewilligt. Wir haben hier einen Blogpost. Der Grund, wieso das ein wichtiger Punkt war, bis vor kurzem, und das ist eigentlich auch der Grund, wieso Atom plötzlich von heute auf morgen von der Marktkapitalisierung her so gestiegen ist, nebst dem, dass es natürlich auf entsprechenden Börsen gepostet wurde, hat man eine Lockperiode gehabt. Das heisst, nach dem ICO konnte man die Atom-Tokens nicht von den Börsen verkaufen. Man konnte sie nicht einkaufen. Sie wurden einfach ausgegeben und sie wurden gelockt. Das heisst, das Handeln von Atom-Tokens war nicht möglich. Diese Phase ist jetzt aber abgeschlossen. Ich glaube, das war im April. Genau. Wir haben Ende April, also vor knapp einem Monat, gab es jetzt eben diesen Cosmos Atom-Transfer-Enabled-Blogpost. Und das bedeutet, dass man diese Atom-Tokens entsprechend traden kann. Man kann sie traden, man kann sie staken, beziehungsweise am Anfang wurde es nur für Staking benutzt und jetzt sind viel weniger Prozent im Staking drin. Jetzt sagen aber eben die Leute, mit diesen Atom-Tokens kann ich eben handeln und das möchte ich entsprechend auch machen. Aber Roadmap-technisch, bevor wir noch zum Handel entsprechend noch springen, Roadmap-technisch nicht viel zu analysieren, da können wir uns wirklich nicht viel anschauen, würde, wie ich mir wünschen, dass eine ganz klare Roadmap entsprechend gelistet wird. Bevor wir noch zur Einfachheit, Verfügbarkeit kommen, müssen wir uns die Partnerschaften anschauen und hier kann Cosmos ziemlich stark punkten. Wenn wir hier auf das Cosmos SDK gehen, beziehungsweise, ich sage jetzt mal nicht direkt Partnerschaften, sondern was wurde auf der Cosmos-Technologie aufgebaut, dann sehen wir hier zwei, drei bekannte Gesichter, Sentinel, Lino Network und die Binance Chain. Wir springen hier auf Sentinel. Sentinel ist eigentlich eine Art, ähnlich wie ARC, bei welchem ihr beim Sentinel-Netzwerk eigentlich ungenutzte Rechenpower zur Verfügung stellen könnt. Das heisst, ihr könnt euren Computer, der nicht benutzt wird, entsprechend zur Verfügung stellen und so Geld, beziehungsweise Sentinel-Coins verdienen. Als nächstes in der Partnerschaft haben wir Lino, beziehungsweise D-Live, die erste dezentralisierte Applikation auf der Lino-Blockchain. Wir springen hier auf D-Live, sehen hier eigentlich relativ schnell, dass hier eben viel gestreamt und gegamed wird. Über D-Live hatten wir ja auch schon berichtet. Da ist eben PewDiePie, genau hier steht er, PewDiePie ist hier mit dabei, mit 1,9 Millionen Visitors, beziehungsweise Zuschauern oder Abonnenten. Und das ist eben auch auf dem Cosmos-Netzwerk aufgebaut worden. Und dann, ganz wichtig, die Binance Chain. Die Binance-dezentralisierte Börse von Binance wurde von Tendermint, beziehungsweise Cosmos, das SDK wurde von denen genommen und entsprechend darauf aufgebaut. Es wird aber nicht 1 zu 1 mitgenommen, das ist eben schon wichtig. Man schaut hier eben auf Forks von Tendermint und Cosmos. We make use of a revised edition of Tendermint Consensus and leverage its P2P-Networking Logic. Das heißt, wir nehmen einzelne Elemente, verändern sie und brauchen sie dann dementsprechend. Cosmos SDK features such as its bank, also die Bank, is used for basic token transactions. Die Cosmos SDK, der Bank-Teil der Cosmos SDK wird für einfache Token-Transaktionen entsprechend verwendet, auf der Binance Chain beziehungsweise Binance Decentralized Exchange. Das heißt, partnerschaftentechnisch super mit dabei. 2, 3 wirklich ganz große Namen. Ist auch entsprechend wichtig, weil ohne diese Entwicklungslayer, und ich springe hier nochmal zurück, ohne diesen Layer hier, den oberen Layer, ist der Tendermint-Algorithmus oder der Tendermint-Konsens-Algorithmus gar nicht mal so wichtig, weil ohne die Entwickler, wenn wir hier jetzt ganz nach unten gehen, ohne diese Layer hier, die aufgebaut werden und diese Transaktionen beziehungsweise dieses Protokoll dazwischen, kann man gar nicht von diesem Tendermint-Algorithmus profitieren. Das heißt, es braucht eben diese Applikationen, um auch Zonen und Hubs entsprechend zu generieren. Einfachheit, Verfügbarkeit, wir schauen uns an, Cosmos beziehungsweise Atom, das Token, kein ERC20-Token, es gibt Wallet-Applikationen, die müsst ihr euch runterladen, könnt dann eure Atoms dort speichern. Momentan verfügbarkeitstechnisch auf Platz 17, auf CoinMarketCap, nach Marktkapitalisierung. Volumen gesund, jede Krypto eigentlich, die in den Top 20 ist, hat einigermassen ein gesundes Volumen. Es wird viel auf Binance getradet, ein bisschen auf eher unbekannteren Börsen, wie Hotbit, BKX, Bitforex und Gate, aber auch auf Huobi kann man Atom entsprechend finden. Es ist oft mit Tether gehandelt, einzeln auch mit Bitcoin, mit Ethereum und auch mit der koreanischen One ist es glaube ich, oder One-Währung. Das heißt, es ist einigermassen gut verfügbar, wie gesagt, Binance wird das Hauptvolumen ausmachen mit knapp 25%, ein Teil, diese 10 bis 12% dann noch von Hotbit und Huobi und die anderen eher im einstelligen Prozentbereich. Wir kommen eigentlich jetzt zu den sechs Fragen, beziehungsweise zu den Fragen, die wir uns am Ende immer stellen. Eine, beziehungsweise die erste Frage ist, welches Problem, beziehungsweise welche Ineffizienz versucht, Kosmos zu lösen. Und da springen wir wieder in diese Übersicht und die Frage können wir uns ganz einfach beantworten. Bei Bitcoin werden Konsens, Netzwerk und Applikationslayer vermischt. Bei Ethereum wird der Applikationslayer zwar abstrahiert, aber die Skalierbarkeit ist eingeschränkt. Das heisst, diese Ineffizienz beziehungsweise dieses Problem soll gelöst werden, die Skalierbarkeit soll gefördert werden und die Benutzerfreundlichkeit entsprechend auch. Sowie die Unabhängigkeit zwischen Blockchains soll gewährt bleiben. Wie gross ist der Markt? Das ist eigentlich immer eine sehr schwierige Frage bei, ich sage mal, puren Blockchain-Projekten. Auch sehr schwierig zu beziffern, kann ich so nicht sagen. Wir können den Bitcoin und den Ethereum-Markt nehmen, aber das ist an sich ja auch nicht die Konkurrenz, sondern die Bitcoin-Blockchain kann ja via Kosmos an die Ethereum-Blockchain verknüpft werden. Von daher, schwierige Frage zu beantworten, wer oder was ist die Konkurrenz und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist natürlich Ethereum. Wenn jetzt Ethereum mit dem sogenannten Casper-Upgrade und dem Proof-of-Stake-Upgrade nämlich diesen Layer hier verbessert beziehungsweise den unteren Layer verbessert, dann brauche ich grundsätzlich Kosmos ja nicht wirklich. Bis auf das Andocken, das ist natürlich die andere Eigenschaft, das Andocken von unterschiedlichen Blockchains ist sicher ein Thema, aber da kann ich doch grundsätzlich auch eine andere Technologie verwenden. Da muss ich jetzt nicht unbedingt Kosmos verwenden. Aber ich würde mal sagen, in dieser ersten wichtigen Stufe, weil momentan die Blockchains miteinander zu verbinden macht nicht wirklich Sinn, weil die Nutzungszahlen entsprechend noch tief sind. Das heisst, es ist wichtig, dass wir grundsätzlich jetzt erstmal Entwickler auf eine Plattform bekommen, die Plattformen entsprechend sich weiterentwickeln und erst dann wir versuchen die Blockchains miteinander zu verbinden. Ist Kosmos einfach zu kopieren? Jein. Also, Kosmos ist insofern einfach zu kopieren, weil dieser Teil ja komplett offener Quellcode ist. Man könnte diesen Teil eigentlich nehmen, auf diesem Teil dann entsprechend aufbauen. Das ist übrigens das, was bei Binance Chain genau aufgemacht wurde. Man hat eigentlich nur diesen unteren Teil genommen und den oberen Teil das Kosmos SDK eigentlich nur für den Banken teilgenommen. Das heisst, wir können jetzt rein theoretisch könnten wir ein Projekt starten, diese zwei Elemente nehmen und darauf aufbauen. Eins zu eins kopieren muss da nicht mal sein, ist auch nicht nötig, weil eben der Quellcode komplett offen ist. Was gibt es für Schwachstellen bei Kosmos? Da gibt es einiges, also nicht sehr gravierende. Also das erste ist mal das ganze Atom-Token, das eigentlich von heute auf morgen in diese Charts gesprungen ist und diese Lock-Periode, die mir nicht so gut gefällt. Ich habe oft gelesen, dass 2017 Kosmos eines der grössten ICOs, also vom Hype her eines der grössten ICOs war, man aber sehr lange eben gelockt war und diese Coins nicht entsprechend traden konnte. Jetzt gibt es natürlich das Risiko, dass jetzt, nachdem diese Lock-Periode vorüber ist, dass man dieser Kosmos beziehungsweise Atom-Token entsprechend loswerden möchte und das den Preis entsprechend in die Tiefe bringen könnte. Das ist an sich keine Schwachstelle, es ist nur, es zeigt nur, dass viele Leute, die in dem Kosmos, im Kosmos-Ökosystem investiert sind, eigentlich hauptsächlich wegen dem ICO-Geld investiert waren. Das unterstelle ich jetzt einfach mal diesen Investoren. Das ist so ein bisschen ein Risiko. Das andere ist das Staking. Es gab mehrere Berichte, dass das Staking, ich springe gleich hier, wo war das, genau hier, bei den Staking-Rewards.com, dass Staking entsprechend schwierig ist. Wir können hier auch zurückgehen und sehen hier eigentlich eine Übersicht über das unterschiedliche, über unterschiedliche Staking-Systeme und die Komplexität gemäss Staking-Rewards.com ist fairly hard, also entsprechend schwierig, das Ganze zu staken. Es gibt nämlich auch ein bisschen ein Risiko, dass man beim Staken entsprechende Coins verliert und das zeigt mir einfach, dass das Ganze nichts für Anfänger ist. Das heisst, wenn ihr Proof-of-Stake mit Kosmos machen möchtet, dann solltet ihr euch entsprechend gut informieren und da entsprechend mitmachen. falls ihr da mitmachen möchtet, also das ist eventuell eine, ich sage mal, Schwachstelle und dann als nächstes beziehungsweise als letztes, was mir aufgefallen ist, ist natürlich dieser Application Layer. Also die Kosmos, das Kosmos-Ökosystem muss Entwickler entsprechend auf die Plattform holen. Die Leute müssen auf diesem Kosmos-System aufbauen wollen, ansonsten lohnt sich das Ganze nicht. Das Ganze, der Konsens-Algorithmus und das Netzwerkelement kann das Beste auf der Welt sein, wenn keine Entwickler darauf aufbauen, dann kann diese Connection unter den Blockchains entsprechend nicht gemacht werden. Das ist eben das Hauptproblem, das ich momentan noch sehe. Ansonsten ein spannendes Projekt, das Team sehr fähig, sehr, ich sage mal, technikgetrieben. Einige Zahlen, wie gesagt, beim Staking etc. gefallen mir nicht so gut, aber grundsätzlich die Idee davon, dass es eigentlich nicht eine direkte Konkurrenz mit irgendeiner Coin oder einem Token ist, ist sehr spannend. Wie gesagt, falls ihr investieren möchtet, dann könnt ihr das auf Binance machen, einfach mal loslegen und entsprechend traden, aber wie immer nicht auf Binance lassen, sondern entsprechend auf eine Wallet hauen. Das war es von der heutigen eher kurzen Analyse. Welche Coin soll ich als nächstes analysieren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, klickt auf die Benachrichtigungen, dass ihr die nächste Analyse natürlich auch bekommt. Gerne auch den Podcast abonnieren und eine nette Rezension schreiben, falls euch diese Analyse etwas gebracht hat. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann. Wir sehen uns morgen wieder.